Okay, so, jetzt die Frage. Am besten paddle ich gleich weiter. Ähm, ich wollte zwar weiter paddeln, aber ich meinte eigentlich nicht von selbst. Er paddelt von selbst, das ist... Kann er mal aufhören? Bitte? Ductape, ähm... Was brauchen wir? Wir haben drei Motor-Teile. Ich lasse das Ductape nochmal hier. Wir kommen ja eh hier vorbei. Okay. Kann ich mir merken, dass es da hinten unsere Heimatinsel ist? Nein. Würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Deswegen... Also unsere neue Heimatinsel. Da. Neue Heimatinsel. Gut. Und dann suchen wir gerade mal den Übergang... Zur Westinsel. Das müsste ja da hinten sein. Während ich das Boot vor mir her trage. Habe ich da nicht irgendeine Markierung gelegt? Es war nicht die Insel. Liegt der Stick da als Markierung? Die zeigt schön ins Leere. Das finde ich gut, dass ich das so gemacht habe. Weil das kann jetzt sowohl die Insel sein, als auch diese da. Was habe ich mir denn da wieder beigedacht? Die Schlauberger. Ähm... So viel auch. Ich habe die Karte im Blick. Aber es ist dann immer wieder was anderes, wenn man dann hier steht und, ähm... Das gibt's ja nicht. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich... Ich... Ja, ich gehe davon aus, dass rechts vom Stick die Insel gemeint ist. Wo ist denn das Boot? Ich möchte es wieder vor mir her tragen können. Das wäre gut. Die ist aber so schön nah. Aber das war sie, glaube ich, nicht. Sonst hätte ich den Stick auch weiter hier hingelegt. So, also. Die da hinten. Wieder gescheit ins Boot rein. Ist... Die da. Bitte lass es die gewesen sein. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ne. Aber er paddelt von selbst weiter, wenn ich das mache. Das finde ich cool. Ich muss nicht mehr den... Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Bug ist oder ob das gewollt ist, dass ich jetzt gar nicht mehr die Maus runterdrücken muss. Ich befürchte, dass das eh ein Bug sein könnte. Ja, 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 das ist... Okay. Aber mir soll es recht sein. Es geht da nicht so auf den Finger. Ist nur komisch, wenn ich jetzt gar nichts machen muss. Kann ich die Fische unter mir bewundern? Ah, ich brauche unbedingt Sauerstoff. Ich will tauchen gehen. Ach, jetzt geht's. Hahaha. Seht an. Double Speed. Paddeln. Extreme Sport. Speed paddeln. So viel wie wir jetzt gerade nämlich rum, ähm, Hilfe, Hai, rumpaddeln müssen, mache ich das ausnahmsweise mal. Bis wir das ganze Zeug auf unserer Insel haben. Ich hoffe, dass ich schneller bin als der Hai. Okay. 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 Das Geräusch ist natürlich dann nochmal auch doppelt nervig. So, was sehen wir denn da? Kleine Palme. Große Palme. Naja, da ist dieses, okay, Schussrack. Und die Felsen. Ihr wisst schon, dieses Schussrack und diese Felsen. Uah. Genug. Und dann noch eine Paddelrunde und dann müssten wir eigentlich zu Hause sein. Hatte ich mir das hier... Hä? Aber eigentlich müsste hier eine Markierung liegen, wenn das... Oder haben wir einfach die Schiffsracks das markiert? Ich dachte, das erkenne ich schon. Oder bin ich auf der falschen Insel? Aha. Lass mich gerade mal eine Runde drehen. Nee, hier haben wir doch das da. Genau. Da ist unser Bett. Ähm. Mehr Sticks. Ups. Kompass. Wie sieht's eigentlich aus mit Essen und so? Ach, das geht noch. Und dann müssen wir da hin. Okay. Ja, ich glaube, das erkenne ich sogar alles. Also sollte ich trotzdem für den Rückweg... Einmal markieren. Hallo, Rochen. Stech mich nur nicht. So. Da hinten. Müssen wir dann hin. Oh, jetzt beschlägt sich das hier. Schnell rein. Und losgepaddelt. Ähm. Nochmal. Schnell rein. Und losgepaddelt. Das ist doch unsere Insel. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und Trick. Doppelspit. Ja. 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 Es läuft, Leute. Es läuft. Das kriegen wir ja hin. Und da sehen ich... Äh, sehen wir... Sehe ich... Sehen wir alle... Den Baum. Den wohlbekannten. War eigentlich auch nicht schlecht, unsere Insel. Was sind wir anders, wenn die Tür noch hierbleiben? Äh. Nein, ich finde, man muss ab und zu mal umziehen. Das, ähm... Bleibt dann spannender. Oder nicht? Oh, unser Feuer ist noch an. Wie kommt das denn? Also ich finde schon, dass, äh, ja. Wenn wir ab und zu mal umziehen, ist dann... Vielleicht nicht schlecht. Das Zeug ist schon schwarz geworden. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Gutes Essen. Und die Motorteile. Ich kann leider nicht das Boot, äh, selbst mal eben einstecken. Dann, ähm... Was nehmen wir denn noch mit? Kompass habe ich auf einer Insel vor der anderen. Kann ich von da aus mitnehmen. Bandagen sollte ich nehmen. Feuerzeug brauche ich auch nicht. Stoff brauche ich auch nicht. Ähm... Und dann halt eventuell die Laterne. Weil so eine Laterne finden wir bestimmt auch nicht so schnell wieder. Tür zu, damit uns keiner was klaut währenddessen. Bis wir mal wieder hierher kommen. Ähm... So, paddeln muss dann noch ins Inventar. Ah... Ah... Der Eimer. Der Eimer. Der Eimer werde ich nicht schlecht. Es regnet. Ja. Ich hab's schon fast vermisst. Ich finde aber, wir sind dann sehr gut versorgt. So, auf alle paar Inseln gibt's hier mal so ein Bett und ein Feuer und Nüsse und, ähm... Wasser und weiß ich was alles. Ja, das ist halt die Frage. Baumaterial mitnehmen oder doch lieber das Wasser? Ich nehm den Eimer mit. Ja, ja. Doch, doch. Es bleibt uns eh nichts anderes übrig, als nochmal ab und zu hierher zu fahren. Ein paar Sachen mitzunehmen. Und ja. Jetzt heißt es wieder abwarten. 16 Uhr. Das wird auch mit dem Rückweg jetzt schlecht. Ähm... Ich brauch, glaub ich, auch, wenn ich den Bug ausnutze... Bestimmt eine Stunde oder so, bis ich auf der anderen Insel bin. Mit Nebel... ...verfahre ich mich noch. Können wir nicht machen. Habe ich hier ein Feuerzeug? Ja, im, im, im Haus. Ach, ja. Dann eben wieder produktiv sein und Essen machen. Fürs nächste Mal, wenn wir herkommen. Oh, was natürlich jetzt echt wieder nervig ist, dass ich jetzt hier festhocke. Aber andererseits... Bald dürften wir schlafen gehen... ...können... ...dürfen. Bin ich denn da jetzt drüber gefallen? Seit dann steht hier ein Stein rum. War das schon immer so? Wir können ja mal das Floß ausprobieren. Wie sich das so paddelt. Also ich fahre jetzt nicht weit weg. Das paddelt auch nicht schneller. Das braucht definitiv einen Motor. Boah, jetzt sehe ich... Ich sehe gar nichts mehr. Ich weiß noch nicht mehr, wo das... ...Ding jetzt ist. Gehen wir schlafen. Stockfinstere Nacht. Ich finde es aber schön. Eine sternklare Nacht, wo trotzdem regnet es. Achso, die Tür ist offen. Ich sage, ich sehe nichts. Ah, schlafen. Was ein wunderschöner Morgen. Nicht. Ich glaube, es ist echt. Es liegt an der Jahreszeit irgendwie, dass es doch etwas mehr regnet. Kann ich mir gar nicht anders erklären. Ich warte jetzt nur noch auf die Krabbe. Dann geht es aber trotzdem los. Im Notfall werde ich... ...wieder den anderen Bug ausnutzen. Das heißt, speichern und dann wieder ins Spiel reingehen. Bin ich dann ausnahmsweise mal... ...knapplos. So, in der Richtung, glaube ich, müssten noch so ein paar Inseln liegen, die wir noch nicht kennen. Aber die müssen wir nicht von hier aus ansteuern. So, hier wieder zumachen. Das Paddel nehme ich mit. So, wo ist denn jetzt? Da liegt es. Das haben wir auch schnell wieder zusammengebaut. Natürlich lustig, wenn ich das irgendwie da in mir herziehen könnte. Aber ich glaube nicht, dass es geht. Jetzt, ja, machen wir das mal gerade. Ich gehe speichern. Und Paddel. Nein. Nein.